Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Wildflowers. Ich werde auf jeden Fall jetzt erst mal ins Bett gehen mit meinem Charakter, damit wir den nächsten Tag anbrechen können. Ich bin mal gespannt. Es ist Freitag. Daraus fliegen noch immer die Pollen. Und unserer Oma geht es nicht so gut die letzten Tage. Können die eigentlich in jeder Jahreszeit produzieren? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das machen wir mal weg. Sonst wird uns das jetzt alles angezeigt. Eisenbarren. Das könnten wir theoretisch alle schon bauen. Wir bräuchten halt nur mal... Ich hätte aber eigentlich lieber erst mal die Farm. Das wäre mir lieber. Geht das aus? Ich glaube, jetzt habe ich einen Bug mir da irgendwie hingeholt. Hupferessenz. Ist Tille. Hupferbarren. Na, jetzt ist es weg. Okay, gut. Oh, haben die Freitags nicht offen? Doch von 9 bis 17 Uhr. Da warten wir noch kurz. Oh. Hey, Tara. Hey, Francis. Do you have a cold? No, it's just my allergies kicking up again. Amira's given me every antihistamine cocktail she can think of, but no dice. I guess I'm just allergic to, like, nature. Ooh, baking something new, Angus? Yep. It's my little bro's favorite. I'm the middle child of three boys, so it was nonstop chaos growing up. But I could always get Jamie to calm down if I gave him one of these. You don't have any siblings, do you? That must have been a bit lonely growing up, no? It was lonely sometimes. But I don't really think you need a big family. Just a close bond with the ones you love. I've been trying to convince Francis of that. He wants kids, but I think we can be each other's family. Francis and I are both the middle child of three child families. Maybe that's why we're perfect for each other. We're used to being the overlooked cheese in the sandwich. I hope Francis is able to find a place for himself here. And that everyone sees just how special he truly is. I know you've got a lot on your plate caring for your grandma and all, but don't forget to take some time to decompress. Damon's bar is a great place to unwind at the end of a long day. And his whiskey's not half bad. Well, it's not half good either. But needs must, as my grandpa used to say. Okay, we're going to change our whole metal. Let's move on. Let's move on. Saw Vanessa on her way to your farm with a plate of cupcakes. She really is such a thoughtful first lady to take that kind of time. And she works with the twins every day. The League of the Conscious Mind doesn't have saints, but if we did, she would certainly qualify. Come on. Come on. Bye. 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 in unserem Holz zu fällen. Ein Axi von einem Silberversteck ist leichter und verbraucht so wenige Energie. Ja, sowas bräuchte ich halt, ne? Okay. Ich muss mal gucken. Holz. Hier irgendwo was liegt. Schlecht aus. Mist. Hm. Hm. Ach so, ich wollte mal gucken, ob man bei ihm vielleicht Holz kaufen kann. Gehen wir mal rein zum Bürgermeister. Okay. Organic produce and the like. Okay. Okay. I heard about Hazel. Are you doing okay? Here, have these. Taking care of plants frees up your mind, so it can work through stressful stuff. Believe me. I know. Vielen Dank, Violet. Nein, ich kann nur hier. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich schlecht. Ok. Ich hab kein Holz mehr zum Haken. Ach, da hinten liegt noch was. Wir reden mal mit Shelby. Ähm. Was verkaufst du denn sonst? Na, eine Sache noch. Komm, der Pilz. Okay, wir haben jetzt zwei Sternen. Also mehr müssten wir theoretisch nie an ihn verkaufen. 660. Fühlst du überhaupt kein Geld verdient, oder? So, why did you pick Fairhaven, Shelby? Had you ever been here before? No, not in this life at least. I was living in the city like you. Stayed too long to say the least. Hm. Hm. Na, ihr zwei. Die haben ihn auch noch nicht gehört. Wer ist Lina? Nein. Was? Nichts. Ich liebe Sophia. Sie gibt immer freie Spiele nach der Schule. Unlike ein paar Leute, die in den Bacherien, die ich nennen kann. Aber ich will nicht. Aber wenn ich so mache, die erste rüben mit Fang. Und die zweite rüben mit Bus. Papier könnte ich bei ihm verkaufen. Ja, ich weiß nicht, wie ich sehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, I'm stoked for summer. When the winds blow offshore, you get the most perfect peeling waves. Thomas makes me laugh sometimes. I think the grouchy exterior just hides the teddy bear heart he's got. Oh, Parker's so supportive of me, so I try to support him, too. But out of all the hobbies he could have taken up, he had to pick the league of the conscious mind? What? You don't like it? No, it's not that. It's just I don't trust people who tell you that you're the only obstacle between yourself and true happiness. I don't know. I don't know. Okay. Ich war bei ihm schon lange nicht mehr sehr, irgendwo draußen zu sehen. Nee, ne? Hm. Diesmal gibt es gar nichts zu sammeln, okay. Schade. Dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen Steine abbauen. Gibt es gar keine kleinen. Okay. 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 Vielen Dank. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Es ist Samstag. Es wird schlecht mit Mühe, wenn es so geht. Es ist Samstag. Obwohl es sich nicht so gut sind. Oh Gott! Es ist ein Schatz. Wenn es das ist, dann ja noch nicht so. Ich glaube, es ist ein Schatz zu sein. Es ist ein Schatz. Sehr schön, die sind jetzt auch fertig. Jetzt könnte ich theoretisch auch Sommer machen. Ich brauche rohes Kupfererz zweimal. Ich brauche mal. nochmal das auch noch zweimal perfekt einmal es gibt es doch nicht sicher sicher es ist Hey, this looks like a key to the next level. Imahen. Okay, let's go. Das war's für heute. So, klar. Mach ich jetzt schon mal diese Kupferessenzes, die am Laufen ist, damit mal Frühling wird. So, dann gehen wir erst mal zu dem anderen. Dann, dass der sein veganes Nugget machen kann. Achso. Aber wir machen erst mal jetzt hier Pause und beenden die Folge. Es hat mir auf jeden Fall wieder richtig gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das ist auf jeden Fall mein kleines Kommentar da für mich. Und auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.